Hehehehe Ja okay, das ist das andere Guck mal, das ist ganz easy, du musst einfach nur sprieven, anlocken AHHHHH! Warum läuft das über die Ecke? DIGGA! AHHHHH! MEIN! Du hast mich runter geschumpft! Du hast mich runter geschumpft, du Sackhaffe! AHHHHH! Was machst du? Mann, du bist so ein Glaskopfdecker!